Mein Name ist Abdullah, ich war früher Christ und bin im letzten Jahr kurz vor Ramadan zum Islam konvertiert. Ich habe christliche Theologie studiert, habe aber nicht als Priester gearbeitet, sondern in meinem erlernten Beruf. Ich war seit meiner Jugend jemand, der immer gesucht hat. Ich bin in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen und habe schon als Jugendlicher gesucht, was meine Aufgabe in der Welt ist, wie ich die Welt zu verstehen habe. Während der Armeezeit bin ich dann zum Christentum gekommen, habe wie gesagt christliche Theologie studiert, aber mein Herz war immer noch unruhig und ich habe immer weiter gesucht. Irgendwie habe ich gespürt, ich war noch nicht an das Ziel gekommen, das für mich vorherbestimmt war. Im Jahr 2001 bin ich dann durch die bekannten Ereignisse auf den Islam sehr konkret aufmerksam geworden, habe mich näher mit dem Islam beschäftigt und bin zu der Überzeugung gekommen, dass es zunächst mal von der Theologie her der Glauben ist, den ich annehmen kann. Ich habe dann noch die Gemeinschaft der Muslime gesucht, weil es für mich wichtig war, nicht nur die Theorie zu haben, sondern auch die Praxis, also das Leben in der muslimischen Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft habe ich in der Al-Nur-Moschee gefunden, im Sonntags- und im Islamunterricht am Sonntag bei Bruder Abdul Adim und bin dann in diesem Kreis der Brüder zum Islam konvertiert. Und ich muss sagen, jetzt merke ich auch nach ungefähr einem halben Jahr, dass mein Herz ruhig geworden bin und ich die Überzeugung habe, dass ich jetzt an das Ende meines Suchens gekommen bin. Ich habe das gefunden, was für mich vorherbestimmt war, was für mich wichtig ist, der Glaube an Allah. Ich muss weiter lernen und mich weiter bilden, das ist klar, aber mein Herz ist bei all dem ruhig und ich denke, ich kann sagen, ich habe das gefunden, wozu ich bestimmt bin. An alle diejenigen Menschen, die sich noch nicht mit dem Islam beschäftigt haben oder die durch die Medien ein Bild des Islam vermittelt bekommen, was vollkommen falsch ist, denen möchte ich sagen, beschäftigt euch mit dem Islam und zwar so, dass ihr den wirklichen Islam kennenlernt. Geht in die Moscheen, dort sind auf jeden Fall Brüder oder auch Schwestern, die euch vom Islam berichten können. Ich denke, diese Information ist wichtig und erst dann kann man sich ein Urteil bilden. Es gibt niemanden, der verdient, angebetet zu werden, außer allein Allah. Geht in die Moscheen, der verdient, angebetet zu werden, außer allein.